Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Zensiert. Wir schauen uns in diesem wunderbaren Format Kartenbilder aus dem OCG an. Vergleichen sie mit denen, die wir in unseren Produkten hier im TCG bekommen. Und schauen mal, was da eigentlich alles so verändert wurde. Denn das ist teilweise absurd, lächerlich, sehr witzig. Und bei manchen Dingen muss man sich aber nur in den Kopf fassen. Also es ist alles dabei. Wir schauen uns heute das neue Structure Deck Beware of Trap Tricks an. Ist letzte Woche rausgekommen, am 23. Februar. Wie es der Name schon sagt, es geht um Trap Tricks, wer hätte es gedacht. Und wer Trap Tricks ein bisschen kennt, kann sich schon vorstellen, in welche Richtung dieses Video hier gehen wird. Wir haben noch ein paar coole Reprints bekommen. Zum Beispiel Ash ist wieder drin. Wir haben einen Reprint von Featherduster und Evenly Matched beispielsweise auch. Und auch andere coole Karten. Es ist wirklich ein ziemlich gutes Structure Deck eigentlich. Sehr schön mit Reprints gefüllt. Schöne neue Karten fürs Thema. Alles, was man so ein bisschen braucht, um mit Trap Tricks loszulegen, ist eigentlich dabei. Auch die neuen Karten sind ziemlich nice. Und ja, eben für alle, die noch kein Rageki, Featherduster oder auch Gravediggers Trap Holen haben. Super cooles Set. Alles mit Reprints. Und ja, dürfte einige Karten für euch ein bisschen einfacher zu erhalten machen. Das war ein sehr komischer Satz. Anyway, wir machen die Kategorien jeweils... Was habe ich heute mit dem Wort machen? Wir sortieren die Zensuren in Kategorien ein in diesen Videos. Und das sind sie, falls ihr sie noch nicht kennt. Wir haben Religionszensuren, Gewaltzensuren, Waffenzensuren, Erotikzensuren, von denen wir die heute ein paar sehen. Kleiner Hinweis. Wir haben Bilder, die komplett ausgetauscht wurden aus diversen Gründen. Was auch gern gemacht wird, sind japanische Zeichen zu übersetzen, sodass wir sie dann lesen können. Und dann gibt es noch Sonstiges, wo ich nicht mal sicher bin, dass Konami weiß, was man da eigentlich im Hinterkopf hatte und warum man da was geändert hatte. Ja, es gibt die weirdesten Sachen. Heute konzentrieren wir uns aber auf die Trap Tricks. Und ihr seht schon, es ist sehr Trap Tricks lastig. Ich glaube, wir haben keine einzige Karte hier drin, die zensiert wurde, die nicht zu den Trap Tricks gehört. Und das macht ja irgendwo auch Sinn. Die Trap Tricks versuchen mit ihrer, ja, mit dem hübschen Äußeren und ihrer jugendlichen Erscheinung die Gegner so ein bisschen in ihre Fallen reinzulocken. Und Konami fand, das funktioniert ein bisschen zu gut bei manchen von ihnen und muss da ein bisschen korrigieren und ein bisschen mehr Stoff reinziehen. Wir fangen mal an mit Trap Tricks A-Tracks. Was könnte man hier geändert haben? Hm, wir haben bauchfrei, das mag Konami normalerweise nicht so. Ist heutzutage nicht mehr so ein großes Thema, aber A-Tracks ist schon ein bisschen älter. Von daher, ja, natürlich wurde ihr bauchfreies Outfit zensiert. Man hat ihr da ein bisschen Stoff eingezogen. Das war früher gang und gäbe. Man erinnert sich an die Harpien zum Beispiel. Und es ist mittlerweile ein bisschen seltener geworden. Das machen sie nicht mehr ganz so häufig. Bauchfrei ist mittlerweile eigentlich ganz in Ordnung. Auch schulterfrei, wie man hier sehen kann, geht mittlerweile durch. Auch das wäre früher ein Thema gewesen. Und Oberschenkel ist auch ganz ein heißes Thema für Konami. Da hätte man früher definitiv auch mehr zensiert. Jetzt kriegten wir, wie gesagt, nur den Einzug für das bauchfreie Outfit und ein bisschen mehr Stoff für die gute A-Tracks. Naja, friert sie nicht so häufig. Ich finde sie auch gut. Weiter zur nächsten Karte. Nepenthes. Was haben wir hier? Ja, eigentlich genau das gleiche Problem. Wir haben ein ziemlich offenes Outfit. Es ist wieder bauchfrei. Wir haben einen sehr, sehr kurzen Rock, den sie anhat. Hier hat man folgendes geändert. Man hat den Rock ein bisschen länger gemacht. Thema Oberschenkel wieder. Und man hat auch hier ein bisschen Stoff eingezogen, um ihren Bauch zu verdecken. Beides absolut lächerlich. Beides absolut nicht notwendig. Und ja, man hat es trotzdem gemacht. Wir kennen Konami ja. Ich bin ja wirklich gespannt, wie lange das dauert, bis wir von allen Trap-Tricks die Lost-Art-Version bekommen. Denn zwei haben wir ja schon. Alomerus und Genlisea. Ich denke, die anderen jetzt gerade nach dem Structure-Deck werden wahrscheinlich irgendwann auch noch kommen. Und es wird Zeit. Es ist lächerlich. Es ist wirklich einfach nur lächerlich. Generell, ich bin ein großer Freund davon, dass die Zensuren weniger und weniger und weniger werden. Ich bin noch ein größerer Freund davon, wenn sie dann endlich komplett weg sind und wir die Artworks aus dem OCG genießen dürfen. So, wie sie von den Künstlern, ja, erdacht wurden. Aber gut, ich glaube, bis dahin dauert es wahrscheinlich noch einen Moment. Wer weiß. Nächstes Jahr, 25-jähriges Jubiläum. Vielleicht überrascht uns Konami ja. Wer weiß. Ich glaube zwar nicht dran, aber wir sehen es dann. Nächste Karte. Trap-Tricks Dionea. Ja, was haben wir hier ein schönes? Ja, auch hier sehr viel Haut und sehr viele offene Stellen an dem Outfit. Wir haben offene Schultern, ein komplett offener Rücken. Und ja, der Rock ist eigentlich für OCG-Verhältnisse doch relativ lang. Ich glaube, das soll kein Problem sein. Ich blieb euch mal das TCG-Artwork ein. Das sieht so aus. Am Rock wurde tatsächlich nichts geändert. Man hat allerdings die Rückenpartie mit Stoff bekleidet. Offenbar ist Konami kein Fan von rückenfreien Tops. Okay. Wie gesagt, ich bin immer noch dafür, dass wir 4Kids und Konami einfach mal kollektiv ins Schwimmbad schicken. Und schauen, wie ihre Köpfe explodieren. Aber hey, das ist nur ein Vorschlag für ein nettes kleines Team-Event. Machen wir weiter. Fallenstellerin Genly Seah, die wie gesagt eine Lost-Art-Version bekommen hat. Die könnt ihr also genauso auch im TCG-Spiel, wenn ihr Lust habt. Wie wurde sie denn ursprünglich zensiert bei uns? Wie sieht sie bei uns aus? Es ist, ja, sehr interessant, kann man sagen. Eine Zensur, die sehe ich, das ist so ein bisschen in guter Konami-Fashion. Und zwar hat man hier unter ihrer Oberzahl, das ist die Brüste bedeckt, noch einen zusätzlichen braunen Stoff eingezogen, der so ein bisschen wie ein, ja, BH, Sport-BH wirkt, so in die Richtung. Ist ein bisschen weird, passt nicht wirklich zum restlichen Outfit. Ich meine, sie hat unten an den Beinen diese Riemen. Man hat da den ähnlichen Stoff genommen. Okay. Es sieht aber alles in allem ein bisschen komisch aus. Was man auch gemacht hat, ist, man hat unten noch weiter Stoff eingezogen, und zwar an einer absolut weirden Stelle, was ich absolut nicht verstehe. Und zwar gibt es da dieses Dreieck, was wir auf beiden Artworks haben, was den Rücken bedeckt. Und im TCG-Artwork haben wir unten ein weiteres kleines Stoffband, was von unten hochkommt und einen einfach random Teil ihrer Hüfte bedeckt. Dahinter ist noch mal Haut, davor ist noch mal Haut. Ich verstehe es nicht. Vielleicht kann mir das irgendjemand erklären von euch, aber ich habe keine Ahnung, was da die Überlegung war. Nicht jetzt verstanden, wenn man das komplett zugemacht hat. Okay, ist auch dann bescheuert, aber gut, das passt zu Konami. Aber dieses weirde Stoff-Dreieck, ich... Mir fehlen die Worte. Ich habe keine Ahnung, was da die Idee war. Vielleicht kann mir das eben von euch erklären. Bitte in die Kommentare damit. Ich bin leicht verwirrt. Gehen wir weiter zur nächsten Karte. Und das ist eine neue Karte. Verlockender Fallensong. Sehr schönes Artwork. Gefällt mir ziemlich, ziemlich gut. Wir haben hier Raflesia drauf. Und die muss ein bisschen zensiert werden. Da hat man weiteren Stoff eingezogen in ihrem Oberteil. Das Dekolleté ist nicht mehr ersichtig. Man hat da, ja, ich weiß nicht, ob es Federn sind oder ob es so eine Art Fell darstellen soll. Ich gehe jetzt mal davon, dass es Fell ist. Und man hat ihre Hüfte noch mal ein bisschen mehr bedeckt. Also man hat da auf dem linken Bein, seht ihr, ein weiteres Stoffband, das da runterkommt. Und auch in der Mitte sind mehr Stoffbänder um ihren Bauch gewickelt, sodass man den Bauchnabel nicht mehr sieht und auch die Hüftknochen nicht mehr sehen kann. Ähm, ja, auch hier, ihr wisst, was ich von diesen Zensoren halte, aber die Stoffbänder am Bein finde ich absolut sinnfrei. Das hätte man sein lassen können. Ähm, dass man die Hüftknochen verdeckt, gut, schön. Darüber können wir diskutieren. Äh, dieses komische Fellding zwischen ihren Brüsten ist auch sehr, sehr weird. Aber, ähm, das, was mich am meisten stört, ist wirklich dieses komische einzelne Stoffband, was sie da links in ihrem Bein noch reingezogen haben. Aber hey, okay. Konami wie Konami. Nächste Karte. Trap Trick. Eine Fallenkarte. Uh. Auch hier haben wir eine weitere Trap Tricks Karte drauf. Und zwar, äh, Dionäa. Die haben wir ja vorhin schon gesehen. Die hat ihren Rücken bedeckt bekommen. Und das machen wir natürlich auch im Artwork, dass sie im TCG auf Trap Trick bekommen hat. Das hat man angepasst. Und, äh, auch hier hat sie jetzt ihren Rücken bedecken müssen. Arme Dionäa. Aber hey. Immerhin sind sie ein bisschen konstant unterwegs und, äh, passen auch die Artworks der Monster auf anderen Karten an. Das machen sie nämlich nicht immer. Aber meistens. Ja. Kommen wir zu Rafflesia. Die haben wir vorhin schon gesehen. Ähm, da wisst ihr schon, was zensiert wurde. Das blenden sie euch einfach mal kurz ein. Hier sieht man es auch mal ein bisschen besser. Ähm, interessanterweise hier fehlt das Stoffband, das zusätzliche auf ihrem... Ne, es ist da. Ich hab's gerade nur nicht gesehen. Ähm, es ist da. Es ist oben links. Es ist ein bisschen verrutscht. Es ist ein bisschen höher als auf dem Artwork, das wir vorhin gesehen haben. Ähm, ja, genau das gleiche im Prinzip. Es hat jetzt dieses komische Fellinlay in ihrem BH. Äh, was so ausschaut, das wird's komplett einmal durchgehen. Weiß nicht, wie bequem das ist. Da könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen. Aber, ähm, es ist, ähm, ein interessantes Design, kann man doch sagen. Ähm, lustigerweise, ich bin nicht sicher, ob das eine Schattierung ist, die man da sehen kann, oder ob es wirklich der Hüftknochen ist, den sie vergessen haben zu ummanteln. Ähm, ganz rechts an ihrer rechten Hüfte ist, äh, dieses Stoffband, was von oben runterkommt und dann wieder nach hinten geht. Und da gibt's irgendwie so einen kleinen Schatten drauf, der auch auf dem OcG-Artwork drauf ist. Meiner Meinung nach ist das, das, ähm, äh, ist das der Hüftknochen, den man sehen kann. Den haben sie nämlich auf dem anderen Artwork komplett rausgeschnitten und überdeckt. Aber hier nicht. Interessant. Hat wohl jemand geschlafen. Nächste Karte. Alumerus. Ah, richtig cooles Artwork. Ich liebe das Artwork dieser Karte. Super cooles Outfit. Es ist super nice gemacht, mit den zwei anderen Trap-Tricks noch im Hintergrund. Ähm, wirklich, wirklich nice. Was hat man hier wohl angepasst? Naja, bei uns sieht die Karte so aus, wenn ihr sie nicht in Lost Art kauft. Ähm, man hat mehr Stoff eingezogen in ihrem Oberteil. Man hat die Brüste ein bisschen besser bedeckt. Und, ähm, ja, den Rock länger gemacht, wie man das so kennt. Ist das notwendig? Nein, das ist nicht notwendig. Es ist bescheuert. Das ist absolut kindisch. Aber man hat's trotzdem gemacht. Und, ähm, ja. Ihr könnt sie aber als Lost Art-Promo spielen und, äh, das Original-OCG-Artwork genießen. Das ist nämlich wirklich einfach stimmig. Ich finde, es sieht gut aus. Es ist nicht übertrieben freizügig. Es sieht einfach nur wirklich gut aus. Gut, nächste Karte ist, äh, Pinguikula. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und hier haben wir ein paar interessante Sachen. Ähm, ich hätte schwören können, dass sie der Karte in eine andere Pose verpassen. Ähm, denn ich glaube, das ist die einzige Karte, die mir gerade so einfällt, wo das Monster, das abgebildet ist, ihre Hand auf ihren Brüsten hat. Ich hätte gedacht, Konami kriegt einen kompletten Herzinfarkt, wenn sie das importieren müssen und, äh, zensiert das weg. Das haben sie tatsächlich nicht getan. Die Karte sieht bei uns so aus. Die Hände bleiben, wo sie sind. Was man getan hat, ist, man hat bei der linken, ähm, Brust von unserer Seite aus gesehen, eigentlich von ihr aus gesehen, die Rechte, ähm, hat man die, äh, das Dekolleté, also quasi die, äh, die, die Schattierung weggenommen. Und, äh, das Ganze sieht jetzt, ja, irgendwie ein bisschen komisch aus und macht irgendwie einen sehr flachen Eindruck. Von oben betrachtet ist aber von vorne immer noch das gleiche Volumen. Also irgendwie geht das absolut hinten und vorne nicht auf. Ähm, interessanterweise Pinguikula durfte ihren Bauchnabel behalten. Auch schön. Durften andere Karten nicht. Ähm, was hat man sonst noch gemacht? Äh, eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel. Interessanterweise habt ihr im Hintergrund noch Genlisea stehen. Äh, das ist die Karte, die wir vorhin gesehen haben. Mit den, äh, zusätzlich eingezogenen Stoffbändern. Äh, einmal unter ihrem, äh, Oberteil und einmal diesen komischen, dieses komische Stoffdreieck, bei dem ich keine Ahnung habe, was es eigentlich sein soll. Ähm, die steht im Hintergrund da aufrecht hinter diesem Schmetterling und bei der Blume. Ihr seht sie wahrscheinlich. Ähm, interessanterweise, die wurde nicht an ihr, äh, TCG-Artwork angepasst. Die hat man unsensiert auf dieses Artwork hier drauf geklatscht. Ich weiß nicht, ob Konami das absichtlich gemacht hat oder ob sie einfach eine neue Brille brauchen. Ähm, oder ob das hier irgendwie Protest von einem der, äh, Vorkids-Mitarbeiter ist, der sagt, hey, ähm, jetzt ist mal gut. Ich verstehe die Zensierung selber nicht. Also, ähm, schauen wir mal, wie weit wir damit gehen können. Keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, aber wir haben das unsensierte Artwork von Gendl Seah, äh, im Hintergrund stehen, was ich, äh, irgendwie ziemlich witzig finde. Nächste Katze ist Fallenstellerin Mantis, auch ein richtig cooles Artwork. Ich mag die Farben von ihrem Outfit. Das sind ziemlich cool gemacht. Und, äh, ja, was haben wir hier denn Schönes zensiert? Ähm, es geht um was super, super winziges. Ich hätte gedacht, man hätte ihr wahrscheinlich mehr Stoff um die Beine, ähm, spendiert. Ihr Oberteil ist schon ziemlich, äh, verdeckend. Da sieht man nicht wahnsinnig viel. Äh, das passt für Konami. Konami ist ja schon mal ganz gut. Bei uns sieht die Karte so aus. Vielleicht seht ihr die Unterschiede schon. Nein? Äh, es ist auch nicht wahnsinnig viel. Es ist, äh, wenn ihr mal auf ihren Bauch schaut, da hat sie so eine Art Fliege bekommen, respektive der Saum von ihrem, äh, Rock oder von ihrem Unterteil ist einfach ein bisschen nach oben gerutscht und ein bisschen größer geworden, um, keine Ahnung, mehr von ihrem Bauch zu bedecken. Man sieht nicht mal einen Bauchnabel auf dem, auf dem OZG-Artwork. Nicht, dass Bauchnabel irgendwie was Schlimmes wären, aber, äh, Konami denkt das offenbar. Ähm, da war es jetzt, zensieren sie die raus, aber Mantis hat gar keinen, äh, zumindest ganz sichtbaren hier auf dem Artwork. Und trotzdem hat man den, äh, Stoff hochgezogen. Muss ich nicht verstehen, will ich nicht verstehen, ist aber so. Ja, äh, das sind sie, die 10 Zensuren im Structure Deck Beware of Trap Tricks. Und, äh, wir müssen die jetzt noch sortieren. Ich weiß nicht, wie ich das zustande bekommen soll. Es ist so viel verschiedene Zensuren hier drin. Äh, nein, es sind alles Erotik-Zensuren. Ja, ähm, war irgendwie klar, dass hier in, äh, dem Trap Tricks Structure Deck eigentlich nichts anderes passieren kann, oder? Oder hat jemand von euch noch was anderes erwartet? Wartet ich nicht. Ja, das war's von Zensiert für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Und, äh, ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei bei der nächsten Zensiert-Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und vielen Dank auch an unsere Patreon-Supporter, die ihr gerade auf dem Bildschirm sehen könnt. Danke für eure Unterstützung. Wenn ihr Patreon-Supporter werden wollt und ein paar Perks bekommen wollt dafür, Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Ihr findet in der Videobeschreibung auch den Link zu den restlichen Zensiert-Folgen. Wir haben schon über 100 Folgen hinter uns und, ähm, es werden mehr und mehr und mehr. Selang Konami nicht aufhört, Karten zu zensieren, höre ich nicht auf, mich darüber lustig zu machen. Also, seid auch das nächste Mal wieder dabei. Habt einen schönen Tag und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.